Gosau am Dachstein liegt in Europa, also in Österreich, genauer gesagt in Oberösterreich. Gemeinsam mit den Nachbarorten Bad Goisan am Hallstättersee, Hallstatt und Obertrauen bildet Gosau die Ferienregion Dachstein-Salzkammergut. Du kannst Gosau am Dachstein zu Fuß, mit dem Bike, dem Bus und dem Auto erreichen. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Salzburg. Der Bus bietet dir eine schöne Möglichkeit, schon bei der Anreise die Landschaft der Ferienregion Dachstein-Salzkammergut zu genießen. Natürlich kannst du Gosau am Dachstein auch mit dem Auto erreichen. Von Salzburg fährst du auf die Autobahn A10 Richtung Villach, Italien. Dann nimmst du die Ausfahrt Gollim Richtung Gollim. Weiter auf der B159 Salzachtalstraße und der B162 Lammertalstraße kommst du auf die B166 Paskschüttstraße, die dich nach Gosau am Dachstein bringt. Von Wien Richtung Salzburg die Ausfahrt in Regau nehmen und vorbei an Gmunden am Traunsee, Bad Ischl und Bad Gösern am Hallstättersee Richtung Hallstatt. Bei der Kreuzung Gosau-Mühle fahre weiter geradeaus, bis du in Gosau im Dachstein-Salzkammergut landest. Von Graz fährst du Richtung Wels. Nimm die Ausfahrt Richtung Gradstadt-Lietzen-Schladming und folge dann der B145 Salz-Kammergut-Straße, die dich direkt über den Pötchenpass nach St. Agata, einem Ortsteil von Bad Gösern bringt. Dort biegst du Richtung Hallstatt auf die B166 Paskschüttstraße ab und folgst der Straße, bis sie dich in das schöne Gosau am Dachstein bringt. Von Finnlach fährst du über die Autobahn A10 Richtung Salzburg und nimmst die Ausfahrt Richtung Ebenen. Von der B99 Katzbergstraße fährst du weiter auf die B166 Paskschüttstraße, auf der du dann Gosau im Dachstein-Salzkammergut erreichst. Wir freuen uns schon auf dich in Gosau am Dachstein und wünschen dir eine gute Anreise. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020